Wer sich im Sommer eine kleine Abkühlung gönnen möchte, der ist bei sogenannten Tischventilatoren richtig aufgehoben. In diesem Video möchten wir euch mal drei besonders leistungsstarke, aber auch besonders leise Modelle vorstellen. Da sollte was Passendes für jeden dabei sein, bleibt unbedingt bis zum Schluss dran, denn da stellen wir euch das leiseste im Vergleich vor. Viel Spaß beim Video, für weitere Infos zu den Tischventilatoren könnt ihr auch jederzeit unten in der Videobeschreibung reinschauen. Wir haben euch dort alle drei Modelle mit dem aktuellen Preis verlinkt. Lasst uns nun aber gleich mit dem ersten Tischventilator im Vergleich starten. Es handelt sich um den Rowenta VU2730 Turbo Silence Extreme Plus. Das Modell besitzt eine sehr solide Leistung von 2700 Kubikmetern die Stunde. Damit ist es tatsächlich der leistungsstärkste Tischventilator im Vergleich und mit leichtem Abstand auch der größte. Er besitzt einen simplen Aufbau und fünf Rotorblätter, die sich mit hoher Geschwindigkeit drehen. Über das kleine Drehrad an der Vorderseite kann man zwischen vier Geschwindigkeitsstufen auswählen und auch die Schwenkbarkeit des Modells aktivieren. Hier schwenkt das Modell im 90 Grad Winkel von links nach rechts und sorgt für eine umfassende Abkühlung im gesamten Raum. Auch lassen sich dort vorne ein Nachtmodus aktivieren, in dem das Modell mit 38 Dezibel relativ leise ist und auch der Turbo Modus, in dem das Modell die maximale Leistung rausholt. Ja, 38 Dezibel, das ist hier das leiseste, was uns der Turbo Silence Extreme von Rowenta bieten kann. Das ist schon relativ leise, geht aber auch noch wesentlich leiser, wie ihr am Ende des Vergleichs erfahren werdet. Wer vor allem aber ein Modell mit starker Leistung braucht, der ist beim Rowenta Tischventilator richtig aufgehoben. Mehr Infos zum Modell über den ersten Link in der Beschreibung. Als zweites möchten wir euch den Tischventilator von Mike Kaben vorstellen. Dieser leise Turbo Ventilator bringt es auf eine Leistung von 1800 Kubikmetern Luftumwälzung pro Stunde. Das Modell kann einen Luftstrom bis 20 Meter erzeugen und ist dabei noch ziemlich energiesparend. Vor allem gibt es hier auch einen extra Eco Modus, der einstellbar ist. In diesem Automatikmodus passt das Modell seine Leistung der aktuellen Umgebungstemperatur an. Das spart nicht nur Energie, sondern garantiert auch die eigene Gesundheit und bietet die immer am besten geeignete Temperatur. Des Weiteren überzeugt das Modell durch eine starke 3D-Oszillation in alle Richtungen. Diese kann man hier automatisch einstellen, sodass das Modell von selbst den ganzen Raum abkühlt. Vier Geschwindigkeitsstufen kann man außerdem auswählen. Drei verschiedene Windmodi, unter anderem der besonders leise Schlafmodus. In dem ist das Modell maximal 35 Dezibel laut und auch ein Ausschalttimer, den man zwischen 1 und 12 Stunden programmieren kann. Ja, 35 Dezibel ist etwas leiser als der Rowenta Turbo Silence. Kein allzu großer Schritt, dafür überzeugt das Modell, wie wir eben gehört haben, durch eine starke Leistung, viele starke Funktionen und wie wir finden auch durch ein ziemlich gutes Design. Vor allem für Leute, die auf Minimalismus stehen, ist das Modell sicherlich gut geeignet. Mehr Infos zum MyCarbonTischventilator über den zweiten Link in der Beschreibung. Jetzt kommen wir aber wie versprochen zum leisesten Modell im Vergleich. Es handelt sich um den Globe von Duox. Glaubt es oder nicht, aber das Modell hat einen Modus mit nur 13 Dezibel Lautstärke. Fürs Einschlafen ist dieses Modell vermutlich am besten geeignet. Dafür kommt es aber auch mit der mit Abstand geringsten Leistung von lediglich 200 Kubikmetern die Stunde. Man muss hier also schon etwas nah dran sein, um wirklich eine gute Abkühlung zu bekommen. Dafür überzeugt das Modell durch ein modernes und schönes Design, ein hochwertiges LED-Display und auch verschiedene Einstellungen. Einstellungen. Beispielsweise kann man die Geschwindigkeit in drei verschiedenen Stufen einstellen. Man kann einstellen, ob das Modell vertikal oszillieren soll. Hier hat es einen Winkel von 100 Grad oder ob es horizontal oszillieren soll. Hier kann es sich in 80 Grad bewegen. Einstellbar ist hier auch alles über eine im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung und überzeugend tut das Modell auch durch seine stromsparende, energieeffiziente Technik. Wie gesagt, das Gerät mit der geringsten Leistung, dafür aber auch mit der geringsten Arbeitslautstärke. Und wenn vor allem das für euch entscheidend ist, dann könnt ihr euch zum Duux Globe nun an dritter Stelle in der Videobeschreibung noch weiter informieren. Dieser extra leise Raumlüfter ist aktuell für 80 Euro erhältlich. Für günstigere Alternativen schaut, wie gesagt, mal beim Rowenta oder beim MyCarve Modell vorbei, die wir euch zuerst vorgestellt haben. Jetzt aber vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß noch bei eurer eigenen Recherche. Wie gesagt, die Links sind in der Videobeschreibung. Habt ihr noch eine Frage, dann schreibt uns auch gerne einen Kommentar.